Wir möchten euch noch eine Richtung angeben von der kommenden prophetischen Schule des Dienstes. Lass mich schnell sagen dazu, der Grund, warum wir die prophetische Schule des Dienstes organisieren, Gründe sind folgende. Nummer eins. Ich glaube mit meinem ganzen Geist, Seele und Leib, dass die Gemeinde der letzten Tage eine prophetische Gemeinde ist. Ich glaube das mit allem meinem Sein. Ich glaube es wirklich, dass prophetisch der prophetische Dienst wird eine große Rolle spielen im zweiten Kommen von unserem Herrn Jesus Christus. So wie es auch eine große Rolle gespielt hat beim ersten Kommen von unserem Herrn Jesus Christus. Und ich glaube auch, Nummer zwei, dass das prophetische, der prophetische Dienst ist der längste Dienst Gottes, der Dienst, der von Anfang an da war und der Dienst, der bis zum Ende da sein wird. Und deswegen habe ich Zeit genommen, um viele andere, also die anderen vier zu studieren. Und es ist erstaunlich, wie wichtig der prophetische Dienst ist unter diesen fünfen von dem fünffältigen Dienst. Und deswegen ist unser Auftrag groß. Und mit groß meine ich nicht an Menge oder Anzahl, sondern was es im Herzen Gottes ausmacht. Und ich glaube, von ganzem Herzen, dass der prophetische Dienst ganz eine wichtige Rolle spielt im Leib Christi heute. So let me give you the reason, why you should register for the next prophetic school of ministry starting from the 3rd of September. Darum möchte ich euch erklären, warum es gut ist, sich anzumelden für die nächste prophetische Schule des Dienstes, die beginnt Anfang September. In order for us to continue to be a prophetic church, we need to first be a prophetic person. Damit wir eine prophetische Gemeinde sein können oder prophetische Gemeinden sein können, müssen wir erst prophetische Einzelpersonen sein. We need to be a prophetic person. Wir müssen prophetische Einzelpersonen sein. Das ist Nummer eins. Die prophetische Kultur die macht dir persönliche und gemeinsame Gerechtigkeit zu einer Priorität. Du gehst der Gerechtigkeit nach, richtig mit Gott zu stehen. Der prophetische Dienst wird dir helfen, dass du alle Gaben des Geistes annehmen kannst. Es bedeutet nicht, dass du in jedem von ihnen auch wirken können musst. Das nächste, was die kommende prophetische Schule für dich tun wird, sie wird dir helfen, dass deine prophetische Gabe rausgehen kann, raus außerhalb der vier Wände der Gemeinde. Noch zwei. Zwei. Der prophetische Dienst hilft dir, dass du konstant einer Begegnung mit Gott nacheiferst oder dir das wünschst. Der prophetische Dienst hilft dir, dass du konstant die Begegnung mit Gott verfolgen möchtest. Der letzte Punkt. Leidenschaft fürs Gebet. Das ist die Atmosphäre, die wir erschaffen werden. Und die werden wir weiterhin erschaffen. Leidenschaftlich zu sein fürs Gebet. Der prophetische Dienst hilft dir, dass du leidenschaftlich bist fürs Gebet. Nichts. Wir wenden von 5. transfüge sich seinen Jungen zu replenen. Ich liebe es scherz.